Hallo und Willkommen zurück zu Fest 2013 gegen Kopenhagen und den Tabellenführer mit nur eineinhalb Sternen Tabellenführer gegen ein Fünf-Sterne-Team. Aber ich bin das... äh, nein. Ja, das wäre das Klügste, so zu machen, dann weiß ich richtig krass, wer ich bin. Alter, man sieht ja selbst auf dem Fernseher einfach nicht mehr, was das ist. Wenn ich das jetzt... okay, obwohl... wieso haben die Schwarze und die haben so ein ekelhaftes Grün? Egal. So, halt geladen. Eww, eww, nigger, eww. Oh, die haben Anstoß. Was? Oh, okay, ich hoffe... Ich glaube, das Spiel gerade irgendwie gar nicht realisiert. Und... Oh, das war eigentlich richtig nice. Nur das war nicht richtig nice. Nur das war nicht richtig nice. Aber das... Aber das... Boah... Boah, was war denn das jetzt für ein Scheiß-Tor? Boah, waren die gerade scheiße. Boah, ich bin ja noch schlecht in der Verteidigung, aber so schlecht bin ich jetzt ja nun auch wieder nicht. Come Ronaldo, du schaffst es nicht. Ja, Puh, toll, das war jetzt auch scheiße. Come Ronaldo, du schaffst es nicht. Ich bin einfach hier einfach nicht weit. Ich bin einfach hier einfach. Ich bin einfach hier einfach nicht weitergekommen wegen dieser richtig krassen Abwehrkette. Oh! Oh was macht denn der Torwart? Es tut mir irgendwie leid, aber irgendwie auch nicht. Oh was macht denn der Torwart? Schaut euch das mal an, der springt ein wo nicht mal ein Ball ist. Der springt hinter den Ronaldo und den Ronaldo-Köpfen nach vorne. Das ist ja blöd. Ich glaube, das Spiel ist sicher, dass wir das gewinnen. Also wenn nicht, ja dann gehe ich mich bessern. Ich glaube, das Spiel ist sicher, dass wir das gewinnen. Jetzt machen die nicht wieder einen Fehler. Ohなるほど! Das war richtig gut gedacht, aber nicht richtig gut gemacht, hahaha. Das wäre schön, wenn da einen stand, aber da war eine Wand, hahaha. Ja, ich sei es, bekommen da den Ball durchzuschießen und komm, nein! Das war jetzt nur knapp drüber, glaube ich. Ja, halbe Meter, es geht. Das war richtig schön scheiße! Okay, also wie der da jetzt ein Beine geschafft hat, das weiß ich auch nicht. Weil meine Beine waren zu, oder? Achso, der hat vorbei gespielt. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das war natürlich eine schöne Vorlage für den Gegner. Und das noch mehr. Und das noch mehr. Und dann so ein Breckschuss mit der Pico. Aber das ist das nicht so ein Beine. Und dann machen wir jetzt ein Hebat. Und das macht das gar nicht. Aber es geht so. so wie die Spinne da in dieser dritten Ecke hahaha getroht obwohl ich glaub der Gegner hat den Ball berührt ohhhhhh der hätte knapp werden können und ich glaub das klang grad ziemlich viel hundert ich dachte grad der wäre reingegangen wenn da jetzt kein Spieler stand aber der wäre nicht mal reingegangen immer zu hoch nie vorbei oder so aber immer zu hoch ja nein 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 ja nochmal hingelegt aha oh lol was machst du denn?! schieß doch auf das Tor drauf! ach so Okay, ne, ich hab nichts gesagt. Das war richtig gut, Cigar. Richtig gut. Oh, du bist richtig nice. So, dann mal wieder 3-0 nach Halbzeit. Halbzeit, glaube ich. Wir sehen hier einen tollen Schießsacher und einen noch tolleren Winkel. Und Schoss. Wow, perfekt zum Keeper, perfekt zum Keeper. Der wäre noch richtig stylisch angekommen. Oh, wir hatten sogar richtig viel Ballbesitz. Ha, ich bin ja auch der Beste. Okay, eigentlich ist das mehr als verdient. Nein, das ist halt nicht weniger als verdient, würde ich sogar eher sagen. Guck mal, Schüsse 9-1, Schüsse aufs Tor 5-0. Die hatten einfach nie eine Chance, weil ich so richtig dumm bin. Freistöße. Was? Ich hab zweimal gefault. Ich glaube, da sind irgendwie immer Faults im Hintergrund, die ich gar nicht mache, weil da einfach Typen stolpern und die dann Freistoß kriegen, glaube ich. Aber ich kann mich an keine Faults erinnern. Was? Da hat er jetzt auch wieder schon zu spät geschossen. So. Och Mann, jetzt kriegen wir nicht mal Ecke. Oh, shit Leute. Sorry, ich hab grad schon die zweite Halbzeit angefangen. Ja, dann wende ich mal lieber schnell. Nein, nein, quasi nicht. Ja, dann seht ihr halt den nächsten Teil der zweiten Halbzeit. Dann später. Ciao.